Hi Leute, seid gesegnet im Namen des Herrn Jesus Christus, der sein Leben am Kreuz gegeben hat, um für unsere Sünden den Preis zu bezahlen, den die Gerechtigkeit Gottes für Sünder wie uns vorsieht, nämlich den Tod, damit wir leben können, wenn wir an ihn glauben. Nur durch ihn kommen wir zum Vater im Himmel. Das ist der einzige Weg. Alle anderen Wege führen in die Verdammnis. Ich habe euch auf meinem Kanal ja schon viele spektakuläre und schockierende Aufnahmen von nicht-natürlichen, übernatürlichen Himmelserscheinungen präsentiert. Ich zeige euch auch immer die spektakulärsten und gleichzeitig eindeutigsten und klarsten Aufnahmen solcher nicht-natürlicher Phänomene. Und heute zeige ich euch ein weiteres, unglaubliches Ereignis am Himmel, das euch die Nackenhaare aufstellen wird. Ihr wisst, dieser Kanal ist stark shadowgebend. Also abonnieren und liken nicht vergessen. Ganz wichtig. Dieses Video hier ist von einer Schwester unserer YouTube-Familie. Ihr Name ist Linda Miller. Ich blende euch den Link zu ihrem Originalvideo hier ein. Ich habe mit Linda gesprochen bzw. geschrieben und sie sagte, sie hätte die Aufnahmen mit einer Nikon P1000 Kamera gemacht. Diese Kamera ist gekennzeichnet durch ihren extrem starken Zoom, einen sogenannten Super-Zoom, und der unglaublich hohen Qualität, mit der diese Kamera auch sehr weit entfernte Objekte sehr hochauflösend darstellen kann. Es gibt einige YouTube-Kanäle, in denen gezeigt wird, wie mit dieser Kamera die Mondüberfläche in gestochen scharfer Auflösung gefilmt wird. Das ist sehr beeindruckend. Linda sagte, dass sie öfter Sonne und Mond mit dieser Kamera filmen würde. Aber an diesem Tag, es war der 15.07.2019, um 7.51 Uhr abends, hatte sie das Gefühl, als würde sie irgendwie innerlich gedrängt werden, hinaus zu gehen, um den Himmel zu filmen. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass dies ein Drängen des Heiligen Geistes war. Als sie in den Himmel filmte, fiel ihr dieses Objekt auf, das ihr jetzt gleich seht. Es sind sehr spektakuläre Aufnahmen dabei herausgekommen. Wohl noch nie zuvor wurde dieses Phänomen so deutlich und nah gefilmt. Ein UFO praktisch aus nächster Nähe. Sie berichtete, von Weitem sah es so aus, wie ein Passagierflugzeug mit zwei Turbinen, aus denen die Kondensstreifen herauskamen. Aber als sie näher heranzoomte, stellte sich heraus, dass es sich um eine Art Kugel aus Licht handelte. Mit Licht, das sich fortwährend in Farbe und Form veränderte. Beziehungsweise eine größere Kugel in der Mitte und zwei kleineren rechts und links davon. Diese Art von unbekannten Flugobjekten kennen wir. Sie wurde auch schon von anderen Menschen und Piloten beobachtet und gefilmt. Wie zum Beispiel hier in einem Video von Deep Waters. Die Links zu den Videos findet ihr wie üblich in der Beschreibung. Früher hat man diese Lichter am Himmel als natürliche Phänomene eingestuft. Aber nachdem es immer mehr Aufnahmen dieser Erscheinungen gibt und sie zeigen, dass es keinen natürlichen Ursprung haben kann, wissen wir, dass es übernatürliche Phänomene am Himmel gibt. Und es hat meines Wissens noch nie so eine gute Aufnahme davon gegeben. Eine Aufnahme, die uns zeigt, dass es sich eben nicht um ein natürliches Phänomen handeln kann, sondern dass es sich um ein übernatürliches Phänomen handeln muss. Denn dieses Objekt hier imitiert ein zweistrahliges Passagierflugzeug, für das man es auch aus weiter Distanz, also vom Boden aus, halten würde. Aber das bei näherer Betrachtung, wie wir hier sehen, eindeutig kein Passagierflugzeug ist, sondern eine Kugel bestehend aus Lichtern, die fortwährend ihre Farbe und Form ändern. Als Christen wissen wir, was dies bedeutet. Dies sind weder echte UFOs, noch sind sie von einem anderen Planeten, noch handelt es sich um Außerirdische oder irgendwelche Projektionen von Außerirdischen, sondern es sind die deutlichen Zeichen der Endzeit. Es sind Dämonen, die die Alien-Täuschung der großen Drangsalzeit vorbereiten, die die Bibel für kurz vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus prophezeit. Die spirituelle Welt ist an unserem Himmel sehr aktiv, einerseits um die biblischen Zeichen der Endzeit zu verschleiern, damit die Menschen die spektakulären Zeichen am Himmel mit einer schwächer werdenden Sonne und großen Himmelskörpern und Asteroiden nicht sehen und nicht verängstigt werden, so dass sie die große Tribulation nicht kommen sehen und nicht mehr das rettende Ufer erreichen können. Denn nur Jesus Christus kann uns retten vor der ewigen Verdammnis und der großen Drangsal und dem dazugehörigen Antichrist-System, das jetzt im Zuge der vorgetäuschten Pandemie-Krise Schritt für Schritt und unmerklich aufgebaut wird vom Feind. Es gibt noch weitere deutliche Zeichen über natürliche Aktivitäten, der Endzeit an unserem Himmel. Hier habe ich noch ein paar weitere spektakuläre Aufnahmen für euch. Schaut euch das einmal an. Das ist die Farbeeren. Das ist die Farbeeren. Das ist die Farbeeren. Untertitelung. BR 2018 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 auf meinem Kanal Rettlich, auch in zwei anderen Sprachen, Englisch und Italienisch. Ja, folgendes. In dieser Vision befand ich mich in meiner Wohnung. Und da kamen die Engel Gottes. Und diese Engel haben mich darauf vorbereitet, um mir etwas zu zeigen, also was geschehen wurde. Dann haben mich diese Engel, sie haben mich in die Luft hochgenommen. Und ich flog über die Erde mit den Engeln und konnte die Erde von oben sehen. Und ich weiß noch, dass ich, ja, ich war oben, ich bin geflogen mit den Engeln, ich schwebte in die Luft über die Erde und ich sah ganz viel Dunkelheit auf der Erde und dazu noch Vulkanexplosionen. Also im Hintergrund waren Vulkanexplosionen. Und, ja, und als ich oben war und das alles gesehen habe, fragte mich einer der Engel, fragte mich, also er hatte eine sehr mächtige Stimme und er fragte mich, kannst du die Engel sehen? Kannst du die Engel Gottes sehen? Kannst du sie sehen? Und ich habe geantwortet, ja, ich kann sie sehen. Und dann sagte der Engel wieder zu mir, sie werden vom Himmel auf die vier Ecken der Erde kommen und Feuer daraus, also darauf schleudern. Also er sagte mir, dass die Engel über die vier Ecken der Erde kommen und Feuer darauf gießen werden. Dann auf einmal, plötzlich war ich wieder in meiner Wohnung, wo alles angefangen hatte. Da war ich wieder in meiner Wohnung und sobald ich da war, bin ich sofort zum Fenster gerannt. Und ich weiß noch, dass ich zum Fenster gerannt bin und so, als ob ich auf jemanden oder auf irgendwas warten würde. Und plötzlich, als ich am Fenster stand, habe ich gesehen, wie ein Asteroid aus dem Himmel gefallen ist. Ein paar Straßen entfernt von meinem Haus, also mitten im Wohngebiet. Und das war nicht der einzige, weil noch viele andere mehr fielen aus dem Himmel. Viele Asteroiden, also einer nach der anderen in verschiedenen Größen. Und ja, also ich kann das einfach nur so beschreiben, dass das Feuer regnete. Es war wirklich ein Feuerregen. Ich stand immer noch am Fenster und betete. Jedes Mal, wenn ich ein Feuerball sah, das mit Ohrgeschwindigkeit runterflog, da habe ich gebetet. Ich habe jedes Mal das Vaterunser gebetet. Dann inmitten von all dem Rauch, weil die Luft war vom Rauch erfüllt, es war voll, durch das ganze, ja, durch diesen Feuerregen. Konnte ich sehen, wie sogenannte Elie-Schiffe, also Ufos, im Himmel geschwebt sind. Also als ich das gesehen habe, ich habe gemerkt, dass ein paar davon, ja, in der Straße, wo ich wohne, die hingen in der Luft. Und hatten verschiedene Lichter, also manche hatten weiße Lichter, manche hatten rote, manche blaue Lichter. Und sie waren auch in verschiedenen Formen, also manche dieser Ufos waren, also die klassische Form, was man so kennt, Untertassen. Und dann, weiß ich noch, es gab eine andere Sorte, das sah aus wie ein Ball, also wie ein riesiger Ball, mit ganz vielen Löchern. Das war das, was ich gesehen habe. Und, ja, und diese, diese Ufos schwebten, ähm, auf die Höhe der Häuser, ne? Und, äh, auf einmal aber, haben sie aufgehört zu schweben. Und sie haben angefangen, sich zu bewegen. Und zwar bewegten sich diese Ufos vor den Fenstern der Häuser, also wo die Menschen drin gewohnt haben. Und, äh, als sie das gemacht haben, ähm, ja, sie bewegten sich vor den Fenstern, so als ob sie, ähm, reinschauen würden, ob irgendjemand zu Hause ist. Einer von diesen Ufos, die die Form hatte, von einem riesigen Ball, mit Löchern, also dieser Raumschiff, dieser Ufo, was auch immer das war, ist dann vor meinem Fenster geflogen und hat reingeschaut in meine Wohnung, ob irgendjemand zu Hause ist. Okay? Und in diesem Moment konnte ich auch sehen, wer diese, ja, diesem Ufo gesteuert hat, wer am Steuer saß, wer da drin war. Und, ähm, ja, also das, was ich gesehen habe, waren abscheuliche Wesen. Also, ja, eigentlich seien die so aus, wie, ja, wie die, die Außerirdische, die man uns immer verkaufen will. Sie hatten, ähm, ich weiß noch, dass sie, äh, fast platte Gesichter hatten. Also, fast, fast keine Gesichtszüge schon und, ähm, kein, also emotionslos. Sie zeigten keine Emotionen, sie hatten keinen, keinen Ausdruck im Gesicht. Also, das, das habe ich alles gesehen in diesem Moment, als dieser Schiff, äh, vor meinem Fenster geflogen ist. Und das konnte man sehen, weil dieser Schiff hatte, das hatte Löcher. Das war ein riesiger Ball mit Löchern. Und deswegen konnte man ja auch reingucken. Und, äh, außerdem, in diesem Schiff waren diese zwei Wesen, die waren, die haben gleich ausgesehen, zwei Stück davon. Wie gesagt, abscheulich, einfach nur abscheulich. Und, äh, ja, und Menschen waren auch an Bord dieses Schiffes. Es waren drei, vier, fünf Menschen, ich weiß nicht mehr wie viele, aber ich weiß noch, dass diese Menschen gesessen haben. Und, ähm, ja, sie haben auf mich den Eindruck gemacht, als ob sie betäubt gewesen wären oder unter Schock. Weil sie haben gesessen, aber sie, da drin, aber sie haben sich nicht bewegt. Und sie haben, ja, sie haben sich nicht bewegt. Also, die sahen wirklich aus, als ob sie betäubt wären. Dann, als diese Schiffe endlich weg waren, als die sich endlich verzogen hatten, bin ich dann wieder ins Wohnzimmer zurückgekommen oder gegangen. Und, äh, und ich konnte sehen, auf meinem Computer, da kam eine Nachricht, äh, von der NASA, ne? Und diese Nachricht besagte, NASA garantiert nicht mehr für die Sicherheit, aufgrund einer Asteroidenregel, und einer konsequenten globalen Alien, ähm, ja, einer konsequenten globalen Alienattacke. Also, eine Alieninvasion. Und deswegen, die NASA wurde nicht mehr für die Sicherheit garantiert, also, es war viel zu viel los. Es hat Feuer geregnet, es sind Aliens auf die Welt gekommen, ähm, es war eine ganze Menge los. Ich bin dann aufgewacht, morgens, unter Schock. Ich konnte wirklich kaum glauben, was ich da gesehen habe, und es war sehr, sehr real. Es war wirklich sehr, sehr real. Und, ähm, Also, das war Gott, der an die Nacht, in dieser Nacht gearbeitet hat, um mir diese ganzen Sachen zu, zu zeigen. Warum? Er hat mir das gezeigt, und ich bin nicht die Einzige, der das gezeigt wurde. Im Internet kann man wirklich sehr viele, ähm, sehr viele Videos auch finden, ähm, von Leuten, die ähnliche Sachen gesehen haben, also gezeigt bekommen haben. Wahrscheinlich, diese ganzen Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe, also das Feuerregen, und, äh, Aliens auf die Welt, und Uphos, und, ähm, diese ganzen Sachen, die werden wahrscheinlich dann passieren, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Für all die, die es nicht wissen, die Entrückung, äh, ist das, was passieren wird, wenn Jesus die Gläubigen aus der Welt rausholen wird. Okay? Das ist das Versprechen, was er uns gegeben hat, in der Bibel, vor langer, langer Zeit, und er wird dieses Versprechen schon sehr, sehr bald wahr machen. Und deswegen gibt es ja Bescheid jetzt bei allen Leuten, die ihn suchen, und lieben, und, äh, ja, bei allen Leuten, wo er am Ersterstelle steht, ähm, und die sich zu ihm bekehrt haben. Äh, Jesus gibt diese ganzen Warnungen, weil er möchte, dass wir wissen, was passieren wird. Und möchte uns auch aufklären dadurch. Also, diese ganzen Sachen werden wahrscheinlich passieren, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Okay? Und, äh, und, äh, sobald die Entrückung stattgefunden hat, wenn die Gläubigen weg sind, von, aus dieser Welt, wenn Jesus sie rausgeholt hat, dann, in diesem Moment, wird der Heilige Geist auch die Menschheit verlassen. Der Heilige Geist wird weg sein, aus dieser Erde. Okay? Und der Heilige Geist macht jetzt, jetzt, wo er da ist, bei uns, auf dieser Erde, macht, dass diese Sachen auf ein Minimum, äh, reduziert sind. Also, das heißt, ähm, der Heilige Geist, äh, hält diese ganzen Uferserscheinungen und diese ganzen, ja, Entführungen, weil anscheinend gibt es auch Leute, die von diesen Wesen entführt werden, der Heilige Geist hält das auf ein Minimum. Okay? Er stoppt das, er blockiert das. Und sobald der Heilige Geist weg sein wird, dann wird es nichts mehr geben, was diese Sachen blockieren kann und stoppen kann. Und deswegen, äh, wird für diese, für diese Wesen, das, was wir, äh, äh, unter Alien, Alien kennen, oder Außerirdische, das sind keine Außerirdische, das sind keine Alien. Es gibt keine Außerirdische, gibt es nicht. Das sind Dämonen. Okay? Das sind Dämonen direkt aus der Hölle. Und bald wird das alles zu sehen sein. Weil sobald der Heilige Geist weg ist, dann gibt es nichts mehr, was diese Sachen blockieren kann, äh, oder aufhalten kann. Und dann werden diese Wesen, diese Dämonen aus der Hölle und Satan selbst, sie werden auf die Welt kommen, auf die Erde. Und werden Jagd machen auf die Menschen. Okay? Sie wollen nichts Gutes für die Menschheit. Selbst wenn diese Wesen, ähm, vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht, äh, freundlich erscheinen können, oder, oder sogar, wenn, wenn der Papst selber, der Papst, wenn der sagen sollte, eines Tages, äh, dass ein Alien-Gott auf die Welt gekommen ist, und, äh, dass diese Wesen friedlich sind, glaubt es nicht. Bitte glaubt es nicht. Weil so ist es nicht. Diese Wesen wollen uns nichts Gutes. Weil es Dämonen sind, okay? So, und die, die Massenmedien und die Politik, die haben sich alle, alle Mühe gegeben, seit Jahrzehnten schon, um, um der Menschheit, äh, ja, glauben zu lassen, dass das Aliens sind. Sind es aber nicht. Und, äh, Gott hat mir das gezeigt, damit die Menschen wissen, wenn die Entrückung passieren wird, und das wird passieren, die Medien, und die Politik, und alle, alle werden der Menschheit versuchen, klar zu machen, dass die Menschen, die gegangen sind mit Jesus, in die Entrückung, dass diese Menschen von Aliens entführt wurden. Okay? Das wird die offizielle Version sein. Von Politik, von Masse, Medien, und so weiter, und so fort. Denn Menschen, die es nicht schaffen, in die Entrückung zu gehen, zusammen mit Jesus, weil sie sich nicht bekehrt haben, und Jesus nicht gefolgt sind, diese Menschen werden zurückbleiben, leider. Und, äh, ja, diese Menschen, das wird dann die Erklärung sein, was die Medien und die Politik für diese Menschen parat haben wird. und zwar, dass die Leute, die verschwunden sind, aus der Welt mit Jesus, dass diese Leute von Aliens entführt wurden. Aber es ist nicht so. Bitte glaubt es nicht. Glaubt es nicht. Ja, und wie gesagt, also, sobald der Heilige Geist verschwunden ist, werden sich diese Wesen eher auf der Welt, mitten unter der Menschheit, materialisieren. Okay? Deswegen ist es wichtig, äh, wirklich sehr, sehr wichtig, Jesus anzunehmen. Ich hoffe, dass irgendjemand, der, äh, der das braucht, diese Nachricht hört, und, und, äh, und sich ein paar Gedanken darüber macht, über diese ganze Sache, weil das wird kommen. Das wird kommen, Leute, ob ihr das glaubt oder nicht, das wird kommen. Okay? Und wenn ihr euer Leben zu Jesus gebt, dann werdet ihr das alles nicht sehen müssen. Weil Jesus, äh, seine, seine Leute, seine Gläubigen, die Leute, die ihn lieben, rausholen wird aus der Welt, bevor das überhaupt, äh, geschehen kann. Bevor die Welt von Dämonen übernommen wird. Westfalsk landing oder wie auch ... ... ... Bis zum nächsten Mal.